Es gibt ja viele Leute, die nicht wissen, wie man am Sonntag eine Zeitung kauft. Hier steht 1,50 Euro, da ist eine Buchse. Da gibt man Geld rein und das können zum Beispiel so ein paar Euro-Münzen oder Cent-Münzen sein. Die steckt man so rein und wenn es klack macht, dann sind die auch drinnen. So, und dann schüttelt man nach, so dass die auch gut drinnen sind. Und dann macht man hier den Deckel auf, schaut, dass es wie heute nicht ganz nass wird. Und voilà, man hat die Zeitung in der Hand. So einfach geht's. Schönen Sonntag! Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke! Das war es für heute.